Ja, so Leute, zu einem fucking neuen kurzen Spekt. Während man in der Garage in seinem Auto wartet, da wünscht man sich natürlich am ehesten einen feinen, trockenen Kurs. Aber sobald man auf die Strecke gelassen wird, vergisst man sein angespanntes Nervenkostüm sofort. Es ist für die Fahrer wichtig, nicht allzu verkrampft im Cockpit zu sitzen. Das kostet einen höchsten Rundenzeit oder schlimmer, verursacht gar einen Ausritt in die Barrikaden. Ja, und das zu meinem fucking, fucking ersten Tag. Yo, wir sind hier unterwegs als... Kann man mal kurz gucken? Äh... Ne, 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 ne. Wie geht das jetzt hier? Also, Leute, ich mach das gerade zum ersten Mal. Grüne Reifen, was anderes kann ich eh nicht machen. Du machst das gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, 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 ich hab Fliegengrunde angemacht. Ah, Angst. Oh, Leute, ich bin mit dem fucking einfachen Leinswagen. Ah, Idiot. Oh. Mein Denkrad ist viel zu hart eingestellt. Leute, kann man das noch irgendwie anders einstellen? What the fuck, Leute? Ich bin in einem fucking... Äh... Äh... Fahrzeug. Äh... Ich kann das gerade nicht fassen. Steuerungsschematik... Äh... Bearbeiten. Die Kalibrierung... Äh... Ob... Lenkradspiel... Was ist denn, wenn ich das jetzt so weiter höher mache? Oh, nee, 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 nee. Das ist ja noch ekliger. Oh, Empfänglichkeit hier. Oh, nee, 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 nee. Das ist ja Linearität der Denkung. Leute, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Leute, ich bin so einfach aufgeregt. Das wird in einem fucking halben Stunden Part jetzt erstmal von Formel 1... Okay, es ist mir ein bisschen zu viel. Ja. Ach. Zeug. Erstmal ist ich auch mit... Äh... Ja, komm. Speicher ist so. Und weiter geht's. Oh. Da, die, da, die, da, die. Komm. Komm, erste Kurve hier jetzt mit einer 9. Denkung. Yeah, es geht also besser. Ja, ähm. Wir sehen, ich bin Palma in Renault. Warum habe ich Renault-Wi gewählt? Okay, das war falsch, ja. Das war falsch. Wunderprozentig falsch. Juhu. Äh, äh, Renault habe ich mir ausgewählt, weil... Renault eben, äh... Ach, das scheitert für mich selber. Das war ja die Hilfe-ahnsinns. Ja, okay. Gut, ich muss erst mal darauf klarkommen. Ja, aber Palma, warum habe ich mit Palma ausgezucht, weil ich irgendwie mit Dings, äh, spielen wollte. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Und, äh, die meine Lieblingsfigur ist in dem... Also Figur. Lieblingsperson in dem Spiel. Ich weiß, Renault ist eigentlich richtig, richtig scheiße, um ihn zu fahren. Aber Leute, ich will keinen Ferrari am Anfang haben. Ich möchte... ...spielen können. Oder fahren können. Ach, wortwörtlich. Ach, scheiße. ...wenn sie... ...fuck... ...undes Scheiße... ...undes Scheiße... ...ja, ich bin's weiter. Äh, KI ist auf 50%. Ähm... Das heißt, wir können dann auf die, äh, irgendwann mal auf die Weichen reichen oder sowas gehen. Das Rennen habe ich auf 25% gestellt, weil das Spiel ist im Moment noch kostenlos. Achso, ja klar, jetzt kommen sie erst alle rein. Oh. Ja, hier bin ich vorhin so richtig abgeschossen. Hier könnt ihr mir Zeit rausholen. Oh Leute, das macht sowas von Spaß. Aber ich wusste nämlich nicht, ich bin kein Formel 1 Fan. Ob das einfach mal geil wird. Ob das einfach mal Spaß macht, äh, Formel 1 zu spielen, habe ich mir gedacht, los geht's, Leute. Oh, das ist nice. Das gefällt mir einfach richtig. Jetzt überdeckt mal, wie würden das noch mit Lübeck oder so spielen, die, äh, das Spiel auch haben. Also jetzt haben drei Leute von mir, um das Spiel. Das ist gerade im Angebot mit 23 Euro, statt 40. Komm, 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 wo bin ich? Ich hoffe, warum bin ich denn viel, viel besser. So, und jetzt wird's schon eine Zeit, äh, schlimm, wo ich sage, Das wird's schon gar nichts. Wir werden jetzt mal durchfahren und werden dann erst später in die Box fahren. Oh ja. So. Ich nehme jetzt auch einen Haufen Zeug davon auf. Einfach nur weich, das kann gerade eben kostenlos. Und sehen kann, ob euch das gefallen, oder ob mir das gefallen. Die Reifen blockieren. Scheiße. Und die Zeit verloren. So, ähm, wir können nebenbei mal gucken. Wenn's zieht. Äh, ich bin hier doch oft schon normal. Also Reifenverschleiß ist es aber auch schon. Scheiße, ich glaube, ich hab nur, hab ich, wie viel Grüne hab ich mit? Nichts drinnen gehen wir mal auf Dings rüber. Ja, ich hab mich auch hier als Amateur, äh, angemeldet, kann man hier nicht sagen. So, fett. Jetzt zieh raus. Ich kann jetzt eben mal durchdrücken, komm. Zeit rauszuhalten. Dass man mit Fett so verdammt schneller wird. Guck mal, das ist jetzt schon, äh, fett. Ich hab fucking eine Sekunde. 1,3. 1,4. Ich kapiere das nicht. Fuck. Geh' ich zurück, geh' ich, 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 zurück, geh'. Jetzt hinsparen sie. Da können wir immer sogar auf Wager runter. Ich hab' auch für die, für das erste Mal hab' ich mir auch noch einen Pfadbestrick ausgesucht. Das ist einfach so, also, ich schwere jetzt, wie, 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 dieses Stadtrennen, nee, nee. Allein, wenn ich so rede, wisst ihr, ich geb' ich nicht die VK Formel 1 aus. Ich mach' das, ich spiel' das grade, fucking, aus Spaß, und das muss man eigentlich auch machen, und das muss man auch Spaß machen, und das zacken. Fett. Jetzt zu kommen. Ich bin auch auf Leute gespannt, ob ich jetzt hier mit neuen Leuten andere locke, auf meinen Kanal, das ist die Kurve, wie gesagt, ich bin kein Freund drin, nur 1 fern. Ab und zu mal ein paar Rennen und Spiele sind schon geil. So scharf muss man die Kurve nehmen. Guck mal, was ich jetzt hier an Zeit raushole. Ich weiß gar nicht, wo war mein Team für dich? Ich hab' das wirklich komplett vergessen. Obwohl ich schon mit, äh, P-Speed und, äh, Dings mithalten kann. 1,21. Das ist wirklich verdammt schwer, also, wenn man so ein Let's Play guckt. Also, jetzt kann man ja auch sagen, okay, man guckt jetzt mal dorthin, und, ey, du hast doch noch so viel Zeit, oder, du bist echt so knapp, und sowas. Aber wenn man selber spielt, man kann sich aber nicht auf die Zeit konzentrieren. Oh, weih, ne, das ist los, 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 los. Drei Sekunden, wo bin ich rauskommen? Die letzte Rundezeit bringt dich um, P-2. Ja! Wenn ich vielleicht noch ein bisschen Zeit rausgehe, wie viel muss ich noch? Scheiße, jetzt hab ich bei den Musiken wie viel Zeit ich brauche. Scheiße. Rednerfrager. Da hab ich jetzt richtig verkackt. Ah, ich bin jetzt Hülkenberg, genau, ich bin jetzt Hülkenberg. Hülkenberg, genau, ich bin Palmer, wie heißt denn mit Vornamen? Wiss ich gar nicht. Boxenfenster ist offen. Können wir, glaube ich, probieren. Ich würde eigentlich, ich würde gerne in die Boxen. Boxenstopp. Boxenstopp. Okay, wir können nicht diese Runde reinholen. Ja, man sollte vielleicht nicht unbedingt in der Kölbe das machen. Oh, nee, 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 nee. Jo, Eis ab. Aber ich finde, das Spiel läuft gut. Also mir wurde empfohlen, das Spiel auf anderen Einstellungen zu spielen. Oh, gut, aber jetzt hat's schon mein Teamkollege hier genommen. Sehr nice. Oh. Der war auf uns auf mich. Das ist der Scheiß angehört. Oh, Leute, ist das nice. Wie gesagt, äh, muss ich echt viel, viel mehr davon bringen. Weil alleine macht's... Alleine ist es noch nicht ganz so der Spaß dabei. Microsoft hast du gemacht hier. So, und jetzt ist meine große, große Frage. Wie komme ich auf mein Bildschirm da drüber? Äh, Season-Info hier. Okay. So, kommen wir drauf. Beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 23,3. Ja, geil. Und es regnet einfach gut. Jetzt hat's in 10 Minuten soll es aufhören zu regnen. Verbleibende Zeit 17 Minuten. Das heißt, wir können mal im Trocken rausfahren. Zeiten. Hamilton. Palmer. Ja, ich bin... Palmer und Thülkenberg fährt mit mir. Ja, genau. Fährt so wenige. Nee, Live-Getränkpunkt eigentlich nicht. Nee, Season-Band nicht. Okay.